Was für Deskens-Ferks jetzt? FACEBALL! Interessant. Recover Podium Pylons Phase. Und die Sterne sammeln. Ah, wait. Ah, D ist Richter. Ah, wir verstehen, wie heißt das Spiel nochmal? KINNBALL. Verstehe. Sehr schön. Die Sterne müssen wir sammeln, das ist unsere Aufgabe. Oh nein. Das ist verwirrend. Einen haben wir noch. Lass doch einen Stern. Wie kommen wir da lang? Na komm. Wie kommen wir an die anderen Sterne ran? Oh wei. Wir müssen an die Sterne ran kommen. Das war schon gar nicht schlecht. Und verloren. Oh, da geht es weiter. Die Sterne kriegen ist nur optional. Das Grunde muss ich füllen. Das ist wichtig. Der Grunde Kreis in der Mitte. Oh nein. Noch mal von vorne. Der Grunde Kreis, das ist das Wichtige. In der Mitte. Ja genau das. Das ist anders unwichtig. Wir müssen es nur lange genug umlassen und behalten. Die Sterne sind zweitungetrangig. Da haben wir einen Stern. Das ist ein Mist. Das muss das auch genau in die Mitte fallen. Verdammt. Jetzt halten wir den Ball. Du führst uns so, dass du dich erläutern kannst, victorios. Na komm. Das konnte ja nicht gut gehen. einmal versuchen was noch durch die grünen sterne müssen wir durch und das sinkt sogar das ding das heißt wir müssen aktiv sein schütteln behalten Na komm, Konzentration. Wir hatten es schon mal bis über die Hälfte geschafft. Da war zum Zeitpunkt noch einen. Verdammt. Ich darf nicht mit dich füllen. Na komm, na komm. Ach man. Na komm, weiter gehts. Juhu. Oh, ho, ho. That hurt. Victory hurts, Don Ketchup, but it is still victory in a chase. So sweet. Hey, your head. It's back. Oh, really? Awesome. Did you doubt my abilities? Your non-manifolds have been un-non-manifolded. That's great. Except there's a ringing in my ears and I keep seeing white flashes. Side effects will fade. Uh, someday. Now remember, this thing we have done, it is not everything you need. Inside, you must steal someone else. We can't change insides. We tried once. We wasted a lot of ice on this day. But we can change your outsides. When you want a new head to match your heart, you know where to find us. So, what do you mean by all that inside you're someone else stuff? I think he was just trying to upsell me. Huh, probably. Ew, creepy. Oh, hey, you two. Where have you been? Yeah, we needed a personal day, okay? Uh, do you think Jeb noticed? Well, let me tell you, I noticed. The game has been broken all day and we sure could have used your help. Where were you all day? I had to go talk to, uh, some other technical people. About, uh, technical things. I'll get right in there and have a look, Joan. Sorry. Well, better late than never. I'm glad to see your base-pylon. Oh, yeah. You and me both, Joan. You and me both. Me both... ...beam, you and me both,ices. Ah. Let's go. Now, I'm sure it's all done. I don't know. Oha! So, next season. Haben wir das Ende der ersten Staffel erreicht. Mit diesem Cliffhanger. Ach du Schick. Auf Platz 7 sind wir auf dem Niederboard. Dashing Game Effixion. Okay. More credits zum Schluss der ersten Staffel. Damit die Leute die daran schuld sind. Die das veranstaltet haben. Die echten Entwickler. Die dieses Spiel gemacht haben. Ja. Props gehen raus an die. Wie. Ein großartiges Game. Bisher. Wie ich finde. Was heißt bisher. Für die erste Season können wir das schon sagen. Können wir sagen. War ein tolles Spiel. Hat Spaß gemacht. Wurde nie langweilig. Muss schon sagen. Das ist. Macht wirklich Spaß. So ein kleines Ding für zwischendurch. Gar nicht schlecht. Lang ist es nicht. Dann kannst du zwei, drei Streams durchspielen. Dann kannst du zwei, drei Streams durchspielen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Ist ja sowieso nicht falsch. Mal schauen. Mal und im tippen. Volume. cử мышeln Mal schauen. Willkommen zurück, ja, 3 out of 10, Episode 1, Season 2, Staffel 2, Episode 1, ich muss mal gucken, Continue, ich habe Episode 1 schon mal im Letztest gespielt, das heißt, wir haben hier schon angefangen im Spielstand, vielleicht können wir es auch neu starten, vielleicht gibt es das als Option, ich würde gerne mit Staffel 2 Folge 1 nochmal anfangen, ja, hier haben wir den Vorteil, dass das alles in einem Spiel drin ist und nicht wie bei Staffel 1 Stück für Stück immer neu gestartet, jede Folge neu gestartet werden musste, ich drücke mal auf Play, ah ja, hier können wir nochmal, wir machen nochmal Restart und starten Episode 1, hier haben wir auch noch ganz zu Ende gespielt, wir haben zwischendrin mal Letztest ausgemacht, also ausgemacht, also, The Kevin Effect, starten wir hier hinein, hier haben wir jetzt in einer Beursicht, 5 Episoden von Staffel 2, hier seht das, Season 2, wir starten in Season 2 Episode 1, der Kevin Effect, starten wir jetzt nochmal richtig im Zusammenhang, nicht nur im Letztest. So, let's go! 2. Cs. 2. Halt den Telefon, alle! Etwas Terrible ist passiert. Mein Computer ist weg! Er ist weg, abdukt, abdukt und verflucht. Es ist verliebt! Kevin, was hast du gemacht? Computer sind nicht nur verliebt. Oh, aber dieser hat es gemacht. Erinnerst du, wo ich es letztens gesehen habe? Hey, Midge, du siehst du verliebt. Habt ihr meinen Computer gesehen? Oh, ich hatte Probleme zu schlafen. Ihr Computer ist nicht verliebt. Es ist einfach so gut. Fürs Netzwerk mache ich das normal. Fürs Netzwerk mache ich das normal. Ich brauche es für etwas. Ich brauche es für etwas, wie alles. Ich kann nichts ohne es. Wirklich? Du kannst nichts ohne einen Computer machen? Nein, Ben. Es ist die Grundlage meiner Kraft. Ein Computer des Designers ist wie ihre Sicherheitsblanket. Ich habe meinen Ralf. Und ich brauche es! Und ich benutze es auch, um Dinge zu schreiben. Also? Ich benutze ein Whiteboard. Hey, was ist das? Huh? Oh. Es ist ein Powerstrip. Es muss sich aus der Outlet, als sie den Computer genommen haben. Es wird schon nicht ohne unten. Natürlich, sicher. Schau, Ben. Whiteboarden funktionieren nicht. Jeder weiß, dass die Produktivität von welchen richtigen Klicken du machst. Ich sage nur, es ist besser als nichts, du weißt. Lass Jeb und Francine auf deinen PC schlafen. Ich werde dieses Mysterium lösen. Wir können Francine nicht erzählen. Sie ist hier, Ben. Sie ist hier nicht. Und du musst das zu ihr informieren. Ich werde das zu ihr informieren. Sie ist nicht auf ihr Bücher. Sie ist nicht auf ihr Bücher. Sie ist in der Küche, Sie ist in der Küche, die neue Maschine installiert. Leute! Was? Keine Angst, Detective Pilot ist auf der Fall. Oh, uh, Good luck. Ein guter Techniker-Artist, ist sehr wie ein guter Detective. Wir nehmen uns einige Informationen. Okay. Detektiv. Let's go. Search for Dooms. Wir müssen fünf wertvolle Hinweise finden. Wir haben eine Detektiv-Mitze. Die wir natürlich mit. Sehr schön. Okay. Tool 8. Das ist ein kleiner Punkt. Ich bin sicher, dass es keine Begräufe gibt. Sie können mich nicht. Ich habe zu viele Tabs abgelenkt, und ich alle brauchen. Okay. Tool 8. Das ist ein Loch. Ich bin sicher, dass es keine Begräufe gibt. Ich bin sicher, dass es in der Dubwader gibt. Ich mag nicht zu weit entfernen. Ich mag es nicht zu nahe zu diesen Begräufe. Das ist die Begräufe. Hier ist die Begräufe. Das ist die Begräufe. Das führt zu einem Bereich. Es führt zu einer Lobby. Ich werde das später nochmal schauen. Okay. Der Ingenieur soll mal nicht runter. Hey Boss. Ich glaube, wir hatten letzte Nacht ein Break. Was? Oh, ich wusste es. Niemand versucht mich an meine Geld-Ideen zu spüren. Du kannst Bruce sagen, dass er meine Geld-Ideen hat. Wenn er sie aus meinen kohlen, sterben Fingern zu spüren kann. Ich weiß gar nicht, was er nennt, Bruce. Jetzt weißt du auch, wer den PC geklaut hat. Jetzt haben wir ja... Oh. Guten Glück, Robert Duck. Den Stern. Das haben wir auch am Ende der ersten Staffel gesehen. Wenn man halt... Wenn man halt die zweite Staffel vor der ersten spielt... Dann weiß man vieles nicht. Noch ein Clou? Patreon gewinnt sein Notebook. Hallo. Oh. Du bist normalerweise der erste in. Du merkst, was heute etwas wunderschön ist? Na, ich fand eine leute Soda-Can auf dem Boden. Das könnte eine Klüge sein. Oder... Nein, warte. Das war ich. Okay. Äh, Viper? Wissen Sie, wo Kevin's Computer ging? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass Francine es beide kaufen möchte. Aber wir brauchen wirklich eine Bulk-Order von... ...Hammeren? Oha. Ein Minispiel. Jetzt müssen wir hier die Punkte sammeln. Ein Minispiel. Jetzt müssen wir hier die Punkte sammeln. Skritt wird heiß. Oder was? Heiß-Score 14. Ein Stern. Schloss. Oha. Oha. Was ist ich da nun nur durchkommen? Mist. New best score. verziehen ist natürlich hier können wir noch reden hallo verdächtigen Maybe Kevin just misplaced it. My nose of intuition says otherwise. Justice will not be denied. Cool. Hallelöchen. Hey, hey Francine. Kevins Computer was stolen. Will you tell Kevin he's going to have to wait. I'm busy. Don't worry. I'm on the case. Oh, Joy. I feel so relieved. Did you get all the information? No, 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 no. Not all the information. The other one talked. They have a door. Oh, it looks like Sally might have been hopping around again. Something riled her up. A warning, Sally is faced today. Aha, okay, the cards. The cards in the... The cards in the refrigerator. The word refrigerator. Ha, that was a lot of clues. Let's piece together what I have so far. Okay, so. They came in the window, left the footprints as they crossed the studio, went to grab Kevin's computer, but Sally surprised them. And they ran, yanking the whole power strip out of the wall and tripping over the trash can as they fled. But which way did they go? Are you seriously trying to find this thief, Pylon? Of course. Someone must fight on the side of justice here. Shouldn't the police handle this? It's probably some random break-in. They could be a hundred miles away by now. They could. That's why you'll have to help me. I... What? Quick, Midge. What skills do you have? I can animate. No good. I mean the kind of skills you don't put on a resume. The real world stuff. Huh? Are you flush with cash? Can you pay off an informant? What informant? I mean, no. Do you have any contacts with the underworld? No, not really. Can you fist fight? Huh? I'm sorry, Midge. Every member of the party has to pull their weight. That's the rule. Fine, okay. I can... I can pick locks. Really? Cool. You're in, lock picker. I-Lot and Midge. Detectives at large. Open for business. Let's go check outside. Francine. What do you want, Kevin? Well, my computer may or may not have been stolen. Yeah, I heard you shouting about it. And? And I can't do any of my tasks. And Ben thinks you can just magically design on a whiteboard instead. Oh, you know, back in the day we used to do all our designing on whiteboards before we ever touched the computer. Oh, were you waiting for them to be invented? No, but there was nothing quite like grabbing a hot cup of coffee and working through a problem on the whiteboard. Mmm, yeah, that won't work because I don't drink coffee. You should try it. Francine, how's the coffee machine looking? Almost ready. I think it'll make hot chocolate, too, for the Kevins of the world. The milk is good for my bones, all right? I-I could drink coffee if I wanted. I'll believe that when I see it. Anyway, you'll need to fill out some paperwork about your computer. No can do. Like I said, I can't do anything without my computer. Without it, I am lost. Well, when you decide to grow up, I'll have the form printed out for you. I might even have some crayons for you to fill it out with. Joan, the coffee machine is ready. Enjoy. We will enjoy it, both of us, cause I'm gonna have some coffee, too. Just like other grown-ups. So, like I was saying, you don't need a computer. Or even the coffee, really. Just using the whiteboard feels right. Sure, sure, using a whiteboard makes you right, got it. But, I could totally drink coffee, and I'm going to. Okay. And I will drink it. Okay. Right now. Uh, okay. Can you teach me how to drink coffee? We'll be right back. And I'll do that next time. Bye. 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 Bye.